Die News der Woche 43, die Nacht der Wissenschaft ist beendet, die Feuerwehrwache entführt und ist umgezogen. Mit 27.000 begeisterten BesucherInnen erlebte die 11. Lernen nach der Wissenschaft in Nürnberg führt und erlerne eine eindrucksvolle Erfolg. Diese beeindruckende Resonanz verdeutlicht das unterbrochene Interesse der Bevölkerung an Wissenschaft und Forschung. Von der Sternwarte bis zum Ludwig Erhard Zentrum bot die Veranstaltung ein freites Spektrum an und spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Am Wochenende war es soweit nach 115 Jahren und viele Generationen von FeuerwehrleutenInnen verabschiedet sich die Berufsfeuerwehr führt von ihren alten Wache in der Königstraße, um in ihre neue hochmoderne Domenial in der Kapellenstraße 33, direkt neben der Julius-Hirsch-Sport-Halle und dem TÜV-Gebäude umzuziehen. Die neuen 12.000 Quadratmeter hochste Feuerwehrwache bietet den knapp 90 Feuerwehrleuten. Der Stadt führt nun zeitgemäße Arbeit und Einsatzbedienungen. Die lange Verzöderung in der Fertigstellung wurde durch unterschiedliche Gründe verursacht. Doch die Investitionen von rund 30 Millionen Euro Seiten der Stadt unterstützt von großsüdischen Fördern mitten in der Freistaat Bayern hat sich gelohnt. Die Fahrzeughalle, ein eigenes Verwaltungsgebäude, ein moderner Schlauch, Turm, hohe Räume für Nachtschichten, Sport und Werkstätte sowie Bürosocialräume erfüllen die hohe Anforderungen der heutigen Zeit. Und zu aller guter Leicht haben wir nicht mal eineinhalb Wochen ist ja der 31.10.2023 und da lade ich euch recht herzlich ein zu dem Halloween Film. Der dritte Halloween Event dabei zu sein. Hier ist der 12-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu-Stu. Okay, sorry, ich muss kurz den Tweller heraussuchen. Uni ist verschwunden. Okay. So. Ja. Warum heute keine Videogramm? Uni aktuell spinnt meine Videoschnittprogramme darum. Ich gebe euch aktuell nur Vertunungen. Sobald mein PC wieder irgendwie ein bisschen halblich okay ist, gebe euch auch wieder ordentliche Videos. So. Und jetzt. In. Es kommt. Wo bist du denn? Es wird gruselig. 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 die eure Nerven auf die Probe stellen. Minecraft. Werkzeug. Pummelparty. Ricky und Benjamin freuen sich schon auf den Scream. Und die Gäste, die mit dabei sind. Arschlussle strössle 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 strössle. Hinten die Leute auf der Straße mit. Erlebt die gruseligste Nacht des Jahres am 31. Oktober 2023 ab 20 Uhr. Wolltet ihr den Mut aufbringen, dabei zu sein? Wir sind Menschen, wir sind Humi-Bär. Am 31.10.2023 dabei sein ab 20 Uhr auf Twitch. Ich würde mich sehr freuen und die rechtlichen Kollegen. Die mit dabei sind natürlich auch. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, da seht ihr einen Teil vom neuen Umbau und vom Schreibtisch. Was das alles aber für Aufsehen hat. Das erfahrt ihr aber in einem Video in der Zukunft. Bis dahin lache ich noch ein bisschen überraschend. Ich werde noch nicht mehr zeigen. Aber nach und nach wird das Setup ja auch aufgebaut. Gerade bin ich nur an einem Monitor dran. Aber es ist kein Problem. Es wird im Laufe der Woche. Ich brauche hier alles wieder auf, wie es vorher auch sein sollte. Aber bis dahin soll ich erstmal nicht mehr erzählen. Ich brauche euch erstmal ein bisschen auch die Spannung halten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder bei den News der Woche. Schönen Tag. Tschüss. Na, habt eine schöne Woche. Tschüss. Untertitelung des Zieg im Auftrag des Zieg im Auftrag des Zieg im Auftrag des Zieg in diesem Microsoft Webining�